Ein rundum gelungener Abend. Nicht nur ein schöner Geburtstag für Thomas Müller, der wieder mal spielerisch überzeugen konnte, sondern auch eine saubere Partie für Joshua Kimmich, der das Leder zweimal im Tor des Gegners versenken konnte. Richtig schwer wurde das Duell gegen den russischen Vizemeister aber selten. Kimmich strotzte nach seinen zwei Treffern vor Selbstvertrauen. Er nehme jede Position an und versuche immer Gas zu geben. Das honorierte auch der Trainer. Kimmich ist sehr wichtig für uns, sagte der 57-Jährige. Der 21-jährige defensive Mittelfeldspieler hat derzeit einen Lauf. Nicht nur gegen Schalke in der Bundesliga konnte er für die Bayern treffen, sondern auch beim Länderspiel in Norwegen. Nächste Herausforderung für die Bayern ist das Spiel gegen Atletico Madrid in zwei Wochen.